Hallo liebe KanaUnity, ich begrüße euch zu den KanaNews aus dem Oktober. Österreich. Jährlich grüßt das Murmeltier aus Tirol. Die bislang unbekannten Täter hielten es vermutlich für eine großartige Idee, ihren Anbau ausgerechnet in einem Maisfeld zu betreiben. Kennt ja jeder von uns. Die Idee teilten sie aber leider nicht mit dem Landwirt, der die Einte seines Maises gerade einholte. Denn der stieß bei seinen Häcksearbeiten an zwei Stellen des Feldes auf die Hanfstauden. Offenbar hatten es die Züchter versäumt, ihre Pflanzen früh genug zu ernten. Der Bauer habe dann vorbildlich die Polizei informiert, statt es selbst zu verarbeiten. Die Ermittler der Polizei erklärten, die Entdeckung wurde uns gemeldet und wir haben die insgesamt 53 Stauden mit einem privaten Anhänger entfernt. Die Täter konnten wir leider nicht feststellen. Also noch könnt ihr euch freiwillig stellen. Ja, Häftling wurde von der Polizei versorgt. Drogen im Gefängnis sind ja bekanntlich Alltag. Dass aber ein Polizist einen Insassen mit Cannabis versorgt, erlebt die Justiz auch nicht alle Tage. Genau das wird aber einem steirischen Beamten nun vorgeworfen. Er soll sich mit einem Insassen im Polizeigefängnis beim Grazer Paulus Tor angefreundet und ihn mehrmals mit Cannabis-Kraut versorgt haben. Es dürfte auch naheliegen, dass er es selbst konsumiert hat. Als er im Zuge der Ermittlungen eine Harnprobe abgeben sollte, versuchte er den Ermittlern den Hahn seines Bruders unterzuholen. Gut, deswegen saß der 28-jährige Bedienstete nun auf der Anklagebank. Ein Anwalt brachte er aber nicht mit, weshalb das Verfahren vor es auf Eis gelegt wurde. Der damalige Insasse tauchte es gar nicht auf. Nach dem wird jetzt wohl angeblich gefahndet. Ein weiterer angeklagter Polizist soll seinen Kollegen gewarnt haben, als schon Ermittlungen liefen. Der Beamte beteuert aber nichts gewusst zu haben, gegen wen überhaupt ermittelt wurde. Wir von der Redaktion finden die menschlich-sozialen Dienste des jungen Beamten wenig verwerflich. Schweiz. Zürich verschiebt Cannabis-Verkauf. Eigentlich hätten in Zürich demnächst 10 Apotheken, 10 Social Clubs und das Drogen-Informationszentrum der Stadt Zürich versuchsweise Cannabis verkaufen dürfen. Das war zumindest der Plan. Die nötige Bewilligung der kantonalen Ethikkommission liegt zwar vor, aber das Bundesamt für Gesundheit, die BAG, hat noch nicht zugestimmt. Die städtischen Gesundheitsdienste vermuten, dass das Projekt mit den unterschiedlichen Bezugstellen sehr komplex sei und das BAG deshalb nicht schneller entscheiden könne. Die Verzögerung hat nun aber entscheidende Folgen. Für die Pilotversuche müssen Cannabisprodukte in Bio-Qualität und aus einheimischer Produktion verwendet werden. Das heißt, der Anbau des Studien Cannabis darf allerdings erst starten, wenn das BAG seine Einwilligung gegeben hat. Nun ist es aber definitiv zu spät in diesem Jahr und zu kalt, noch Hanf anzubauen. Deshalb wird der Verkauf erst nach der ersten Ernte gegen Mitte nächsten Jahres beginnen. Die Studienteilnehmer werden einige Monate vor dem Verkauf statt ausgewählt. Seit der Ankündigung des Projekts im Juni 2022 haben sich 1700 potenzielle Studienteilnehmende auf die Warteliste eintragen lassen. Und dann noch eine Meldung aus den USA. Endlich die Begnadigung. Als Folge vieler Cannabis-Urteile seien tausende US-Bürger möglicherweise der Zugang zu Arbeitsplätzen, Wohnungen und Bildung verwehrt worden, hieß es in einer Erklärung. Präsident Biden rief zudem die Gouverneure der Bundesstaaten auf, dem Schritt zu folgen. Er war zudem die Bundesbehörden angewiesen, die Klassifizierung von Marihuana zu überprüfen. Gegenwärtig wird es in den USA auf Bundesebene wie Heroin eingestuft. Die Ankündigung kurz vor Börsenschluss in New York ließ die Aktien und Indexfonds der Cannabis-Industrie sprunghaft ansteigen. Der Pure US Cannabis ETF von Adresa Shares stieg zunächst um knapp 30 Prozent, bevor er vom Handel ausgesetzt wurde. Kanada. Cannabis per Fahrrad. Seit dem 17. Oktober 2022 ist das Leben für Cannabis-Fans in Kanada noch ein bisschen einfacher. Zumindest in der Metropole Toronto. Dort kann man sich nun Marihuana per Lieferdienst direkt nach Hause bestellen. Eine Kooperation zweier Unternehmen macht diesen Lieferservice möglich. Uber, Eats und das Cannabis-Portal Leafly haben sich auf eine Zusammenarbeit verständigt. Diese Partnerschaft ist wohl einzigartig, da weltweit zum ersten Mal Cannabis über eine externe Lieferplattform nach Hause gebracht wird. Der Bestellprozess ist aber denkbar einfach. Alle Bewohner Toronto, die über 19 Jahre alt sind, können via Uber, Eats ihre Bestellung bei lizenzierten Cannabis-Shops aufgeben. Albanien wagt kleine Schritte in Richtung Legalisierung. Der neue Entwurf der albanischen Regierung sieht vor, dass diejenigen, die sich für den Anbau von medizinischem Cannabis bewerben, eine andere ähnliche Lizenz in einem OECD-Land und eine gute Herstellungspraxis der Europäischen Arzneimittelagentur oder der Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde besitzen müssen. Er sieht auch die Einrichtung einer Agentur vor, die die Lizenzvergabe und alle Einrichtungen überwachen sollen, also deren Mitglieder vom Premierminister ernannt werden und alle vier Jahre erneuert werden können. Die Gesamtfläche, die für die Kultivierung der Cannabispflanzen zu medizinischen Zwecken zugelassen ist, darf auf nationaler Ebene nicht größer als 150 Hektar sein. Die Einrichtungen müssen alle drei Jahre inspiziert werden. Der Entwurf enthält auch strenge Bestimmungen für die Festlegung von Verfahren zur Ernteverarbeitung, Verteilung und Versorgung. Diejenigen, die eine solche Lizenz beantragen wollen, können dies dem Entwurf zufolge nach dem 1. Januar 2023 tun. Also zunächst muss der Entwurf jedoch an das Parlament weitergeleitet werden und abgestimmt werden. Auch Kolumbien will nun Cannabis legalisieren. Ja, Kolumbien plant damit als zweites Land Südamerikas, also Uruguay war das erste, Cannabis zum Freizeitkonsum zu legalisieren. Am 4. Oktober wurde im Repräsentantenhaus in Kolumbien ein Gesetz verabschiedet. Dieses Gesetz soll den Freizeitkonsum von Cannabis legalisieren. Das Gesetz wurde dabei mit einer Mehrheit von 31 zu 2 Stimmen angenommen. Der Gesetzesentwurf würde Vorschriften und Steuern für den legalen Cannabisverkauf festlegen und ein Unterstützungssystem für Einnahmen einrichten, die zwischen lokalen Städten sowie Gesundheit, Bildung und Landwirtschaft geteilt werden. Ja, wenn das Gesetz in Kraft tritt, müsste man den Artikel 49 der Verfassung ändern, was in Bezug auf Cannabis notwendig wäre. Es soll also der erste Schritt sein, der getan werden muss, sagte der liberale Abgeordnete Johann Carlos. Ja, damit ist Kolumbien auf dem direkten Weg, Cannabis zu legalisieren und dies mit einer überragenden Mehrheit. Deutschland und die Legalisierung. Heute wird die Newsendung ein bisschen länger, wie ihr schon seht. Die Regierung in Berlin hat am letzten Mittwoch die Eckpunkte für eine Cannabis-Legalisierung in Deutschland beschlossen. Man glaubt es kaum. Nach dem Plen der Ampelkoalition soll Cannabis unter Wirkstoff Tetrahydrocannabinol, also THC, künftig rechtlich nicht mehr als Betäubungsmittel eingestuft werden. Erwerb und Besitz von bis zu 30 Gramm Genuss-Cannabis sollen straffrei, also privater Eigenanbau im begrenzten Umgang von drei blühenden Pflanzen erlaubt und der Verkauf von Erwachsenen in lizenzierten Fachgeschäften erlaubt werden. Wegen des erhöhten Risikos für Cannabis-bedingte Hirnschäden in der Adoleszenz soll geprüft werden, ob es für unter 21-jährige Käufer eine THC-Obergrenze geben soll. Also möglicherweise soll auch der Verkauf in Apotheken ermöglicht werden, ob es wirklich dazu kommt, ist aber noch offen. Internationale und europarechtliche Regeln zum Umgang mit Cannabis könnten der Legalisierung in Deutschland entgegenstehen. Die rechtlichen Rahmen bieten begrenzte Optionen, das Koalitionsvorhaben umzusetzen, heißt es auch in dem vom Kabinett beschlossenen Eckpunktepapier. Also genannt wird in dem Zusammenhang unter anderem das sogenannte Schengener Durchführungsübereinkommen. Ein konkreter Gesetzesentwurf soll deshalb erst vorgelegt werden, wenn sich abzeichnet, dass es von der EU gegen die geplante Cannabis-Freigabe keine rechtlichen Einwände gibt. Ja und gerade haben wir noch eine Meldung aus Thailand im neuen Amsterdam für Cannabis erhalten. Es gibt einige Stimmen, welche die Legalisierung von Cannabis zurückdrehen wollen. Also die komplette Legalisierung von Cannabis in Thailand hat einige Probleme aufgeworfen. Der Hauptgrund sind wohl die wenigen oder fehlenden Regulierungen. Ja was genau dahinter steht und welche Begründungen es dafür gibt, darüber berichten wir also in Kürze in einer kleinen Sondersendung. In diesem Sinne bleibt gesund, abonniert uns und lasst euer Kommentar da. Natürlich freuen wir uns auch über eine kleine Unterstützung. Bis dann. 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 Bis dann.